Astrid von Timmy. Hier kommt ein ganz lieber Gruß und zwar ein Astrid von Timmy. Der wünscht dir einen tollen Tag, lieber Astrid, das wünsche ich dir auch. Fühl dich gedrückt und du küsst, Astrid meine Süße, deine Carla Lagerfeld. Hallöchen Jo, hier kommt ein lieber Gruß für dich von Marcela. Sie wünscht dir einen tollen Tag, lieber Jo, das wünsche ich dir auch. Fühl dich gedrückt und du küsst, Jo, mein Süße, deine Carla Lagerfeld. Hallöchen Charlene, hier kommt ein lieber Gruß für dich und zwar von Juri. Er wünscht dir einen tollen Tag, liebe Charlene, das wünsche ich dir auch. Fühl dich gedrückt und du küsst, Charlene, meine Süße, deine Carla Lagerfeld.